Es ist wieder Zeit für eine neue Verwandlung. Und nun, ich bin ein Kürbis. Oh, mhm, Mumbo macht gut Kürbiszaube. Gut für Toni lecker Suppe. Oh, bitte nicht, schnell weg hier. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Banjo Kazooie. Hier auf Katze, für unseren Bären und unsere Vogeldame geht es nun in der Geisterwelt weiter. Und wir machen wieder Gläser kaputt, wir machen Fenster kaputt, um da reinzukommen. Ähm, hallo, bloß nicht erschrecken, es kommen wieder die komischen Monster aus den Bildern. Wie auch schon in der letzten Folge. So, die pieksen wir aber gleich mit Kazooie weg. Und dann sieht man auch, wie hier der Boden kaputt ist. Hm, was genau gibt es da unten? Mal sehen. Oh, eine Honigwabe. Eine leere Honigwabe. Wenn ich die einsammle, bekomme ich ein Extra-Leben. Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal zurückkehren. Und uns das schnappen. So, vorsichtig darüber. Und dann haben wir auf dieser Etage auch schon alles gesehen. Ich würde sagen, es geht jetzt nochmal eine Etage weiter nach oben. Da gibt es auch noch ein Fenster. Nein, oh, nein, 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 festhalten. Oh, sehr gut. Ich dachte schon, ich stürze jetzt ganz nach unten. Oh, nochmal. Ja. Da oben ist der grüne Jinju. Oh, jetzt bin ich aber tatsächlich komplett runtergefallen. Ja, die Ziegel auf dem Dach. Die sind auch so glatt. Die sind so rutschig. Da kann sich Banjo einfach mit seinen Bären-Tatsen nicht festhalten. Wir brauchen da immer die Hilfe von Kazooie. So, gehen wir erstmal hier rein. Achtung, wieder Bilder mit Gegnern. Zack. Nummer 1 wäre dann schon mal besiegt. Dumm ist der gelbe Jinju. Auf dem Bett oben. Okay, okay. Ich komme gleich zu dir. Oh, was ist das denn für eine Kiste? Kann man die aufmachen? Hey, wer bist du denn? So. Kurz mit der Unverwundbarkeit den Geist besiegt. Jetzt frage ich mich, ob man da irgendwie rein kann. Komisch. Mit Eiern geht das nicht? Mit einer Stampfattacke vielleicht? Auch nicht. Wozu ist diese Kiste da? Sehr komisch. Naja. Soll mich wohl nicht weiter interessieren. Ich sehe schon. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist der gelbe Jinju. Aber dafür haben wir diese Sprungplatte. Oh, noch oben mit uns. Hey, Jinju. Ich stecke hier irgendwie fest. Moment, Moment. Boah, hat das denn jetzt nicht geklappt? Na gut, auf ein neues. Oui. Jetzt aber. Habe dich, mein Freund. Damit hätten wir Orange, Lila und Gelb. Fehlen nur noch Grün und Blau. So, da kann ich tatsächlich nichts machen mit der Kiste. Ich dachte, da gäbe es ein Puzzleteil. Aber ist wohl nicht der Fall. Dann laufen wir eben weiter. Vorsichtig aufs Dach. Das muss ich jetzt gut timen. Ich darf jetzt nicht runterfallen. Vielleicht auf die Regenrinne links. So, und auf Kazooie. Achtung. Musiknoten sammeln. Hallo, Jinju. Das wäre der Grüne. Und uns fehlt nur noch der Blaue. Der muss irgendwo am Brunnen sein. Oder im Wasser oder so. So, also da gibt es noch die eine oder andere Stelle, die wir noch erkunden dürfen. So. Feder nehme ich mit. Da haben wir nochmal eine Scheibe zum Kaputtmachen. Um da nachzusehen, was es so schönes gibt. Und da war ich ja gerade eben drin. Okay. Und dann können wir mittels Sprungplattformen noch in den Kamin springen. Was ja auch noch wichtig für uns ist. Ah, der Sprung ist mir jetzt leider nicht gelungen. Ich muss einmal drum rumlaufen. Unsere Sprungplattform. Diese befindet sich hier. Und ui. Sehr schön. Und immer schön festhalten. So, darüber. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ohne, dass ich runterfalle. Moment. Hier. Und dann das Stück fliegen. Und rein mit uns. Perfekt. Was gibt es da? Monster in den Bildern. Okay. So wie immer eben. Ey, der hat mich jetzt aber erwischt. So. Hast du direkt zurückbekommen, mein Freund. Und wichtige Musiknoten. Das dürfen wir nicht vergessen. Müssen wir auch noch alle einsammeln. Jetzt habe ich mich aber mehrmals treffen lassen. Oh, vor allem immer durch das Feuer. So, jetzt aber. Habe ich dich, Freundchen. 54 Musiknoten habe ich schon. Und da war auch noch eine in der Ecke. Okay. Viel mehr scheint es hier jetzt nicht zu geben. Dann können wir wohl den Raum verlassen, oder? Auch wenn ich die Bilder immer sehr mysteriös finde. Als könnte etwas dahinter versteckt sein. Okay. Und jetzt betreten wir das Haus durch den Schornstein. Als wäre ich der Weihnachtsmann. Ui. Und zack, lande ich hier auf der Kohle. Und ich darf mich hier sogar noch bewegen. Darf aber nicht den Holzboden berühren. Ich will ja den Geist nicht aufwecken. Und, und. Oh nein, nein. Oh. Oh, schon ist der Geist wahr. Ja, ich habe es direkt vermasselt. Ich hätte irgendwie rüberfliegen müssen. Also, nicht mit diesem Rückwärtssalto. Naja, was soll's. Ich muss jetzt nochmal raus. Der Geist ist jetzt sowieso wach. Den kann ich nicht nochmal zum Schlafen bringen. Glaube ich zumindest. Oder schläft er nochmal ein, wenn man kurz still steht und nichts tut? Ich glaube nicht. Also, kurz gesagt, wir müssen da nochmal nach oben klettern. Und diesmal darf ich wirklich nicht den Boden berühren. Achtung. Auf die Beine von Kazooie. Dann nutzen wir die Sprungplatte. Und nein. Dass mir das immer wieder passiert. Eieiei. Alles ist so glatt. Eine falsche Bewegung. Und man rutscht direkt herunter. Ui. Nein, nein, nein. Oh. Auf ein neues. Und rüber. Auf die Beine. Dann können wir da rüber. Und hier geht's jetzt nach oben. Ui. Sehr schön. Und na. Ein kleines Stückchen noch. Zack. Volle Kanne rein. Achtung. Jetzt passe ich auf. Im Hintergrund hört man den Geist schnarchen. Und solange er schläft, merkt er auch nicht, wenn wir durch ihn hindurchlaufen und das Puzzleteil holen. Schaut mal. Zack. Die Hexe, die wird fluchen. Die Hexe, die wird fluchen. Ihr Geist muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen. Und die Stäbchen euch zerbrechen. Zack. Ist er weg. Auf Nummer Wiedersehen. Und damit haben wir auch schon alle Geister in der Geisterwelt getroffen. Mag ein bisschen komisch klingen, oder? Wir sind in der Geisterwelt. Und das war so der gespenstischste Geist im Spiel. Aber, ja, den sehen wir nicht mehr. Das war's ein für alle Mal für diesen Geist. Gibt es hier oben sonst noch etwas? Hm, ne, ich glaube nicht. Okay, aber wofür haben wir denn noch diese Flugplattform? Ist die nur so zum Spaß da, damit wir uns noch die Eier hier drüben holen können? Ich meine, ist ja ganz nett, aber viel mehr scheint es da nicht zu geben, oder? Allein das Bild mit der Hexe hat da irgendwie auch keinen Sinn und Zweck hier. Hm, naja, gut. Vielleicht gibt es Geheimnisse, die selbst ich nicht kenne. Aber zumindest für das Sammeln von 100 Musiknoten, sowie für das Sammeln der 10 Puzzleteile, scheint das nicht wichtig zu sein. Gut, dann können wir mit Banjo und Kazooie tatsächlich diesen Raum verlassen. Oder aber ich mach mal einen Sturzflug auf irgendein Bild, wie hier zum Beispiel. Zack. Nö, passiert einfach mal gar nichts. Oder was ist, wenn ich ein anderes Bild nehme? Ist eigentlich egal, oder? Da ist Mumbo, da ist der Besen, der Hexe, Brunthilder, der böse Kochtopf. Aber ja, die Bilder bringen rein gar nichts. Würde ich mal vorsichtig behaupten. Reine Dekoration, um den Raum schöner zu gestalten. Na dann, geht es hier draußen für uns weiter? So, wir haben das Haupthaus komplett ab, ja, fast komplett abgeschlossen. Eine Sache gab es noch, die Sache mit der Toilette. Aber das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, wir springen ihn jetzt mal hier rüber und nutzen dafür diesen schmalen Steg hier, um auf die andere Seite zu kommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie gut das mal wieder funktioniert. Oh, okay. Ich mag auch die Musik hier in dieser Welt. Hat schon was Mystisches. Ab und zu dieses Gejaule von den Wölfen. Und ganz selten hört man auch so ein paar Geister lachen. Hat was. Vorsichtig. Sehr gut. Da ist ein Ickdomboktan. Ickdomboktan. Jetzt haben wir schon 31. Moment. Hier ist nichts mehr. Dann können wir hoch. Wobei die Stelle noch interessant und wichtig sein wird für die Verwandlung, die wir haben. Manu, immer falle ich da durch. Warum kann ich die Tür eigentlich nicht öffnen? Was war das Geheimnis mit der Tür nochmal? Gibt es da irgendwo einen Schalter? Ich werde das noch herausfinden. Diese Dornen liebe ich sehr. Sie machen euch das Leben schwer. Oh, hier gibt es lebendige Grabsteine. Schaut mal. Die sind so lustig. Wie so Gesteins-Pokémon. Könnte ein Kleinstein sein. Und hier sind Töpfe. Achtung. Die kriegen Eier. Und dann sagen sie auch was. Müsst ihr mal drauf achten. Die haben so eine richtig tiefe Stimme. Und? Ich muss nur einmal treffen mit einem Ei. So, nochmal. Jetzt aber. Na, komm schon. Thank you. Ist das nicht lustig? Der sagt Thank you. Also das englische Wort oder die englischen Wörter für Dankeschön. Thank you. So, wo sind denn die anderen Töpfe? Oh, oh, oh. Da kommt wieder ein Kleinstein. Ja, ich weiß. Die Gegner heißen nicht Kleinstein, aber das ist ein Gesteins-Pokémon. Ja? Punkt aus Ende. So, jetzt kriegst du auch ein Ei. Dann kannst du auch mal deinen Spruch bringen. Thank you. Thank you. Hahaha. So lustig. Okay, weg mit dir. Ich dachte, das zieht ein bisschen mehr ab. Na gut. Stein ist kaputt. Und noch einmal. Für dich. Bitteschön. Thank you. Warum haben die so tiefe Stimmen bekommen? Dabei sind das so ganz kleine, süße Blumenkübel. Okay, und du bist der Letzte oder Vorletzte? Thank you. Na, der Vorletzte. Hier, da bist du. Du kriegst auch ein Ei. Und zack. Perfekt. Wir kriegen ein Puzzleteil. Fünf. Damit hätten wir schon mal die Hälfte in dieser Welt gefunden. Nun klettern wir mal auf diesen Grabstein hier. Und springen dadurch dann auf das Dach. Perfekt. Hat funktioniert. Und es gibt einige Musiknoten, die wir hier sammeln können. Ja, sehr schön. Uns fehlen ja auch noch viele. Knapp unter 40. Was aber noch viel ist. Hm. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier auf dem Dach einer Kirche. Hier gibt es auch irgendwo noch einen Eingang. Oder irgendetwas gab es doch. Ach ja, hier. Ein Iktan Bogdang. Und da ist auch der Eingang, um ganz nach oben zu kommen. Genau. Jetzt sind wir sozusagen auf der Spitze der Kirche. Auf dem Kirchturm. Und da gibt es Noten. Wir sollten nur vorsichtig sein. Zack. Und die letzte Note. Und gab es nicht ganz oben noch was? Hier? Ja, ein Puzzleteil. Sehr schön. Und wieder ein weiteres. Vier Stück fehlen noch. Also wir sind mit der Welt schon fast durch. Ja, noch nicht ganz. Ein bisschen was gibt es noch. Aber wir haben schon echt viel gefunden. So. Und hier gibt es ein Mosaikfenster mit Banjo und Kazooie drauf. Da kann man rein. Aber gab es hier irgendetwas Wichtiges? Ja, Bilder mit Monstern natürlich. Wie sollte es anders sein? Und schöne Kirchenmusik. So. Eck mit dir. Ein Extraleben. Energie. Eier, Federn. Alles mögliche. Und nochmal fiese Gegner. Dies hat mich sogar erwischt. Sogar zweimal erwischt. Mensch. Aber wir haben es geschafft. So. Viel mehr gibt es in diesem Raum nicht. Das war eher so ein kleiner Bonusraum. Den man nicht mal zwingend machen muss. Um Eier zu bekommen und rote Federn. Kann sich durchaus lohnen, wenn man zu wenig hat. Gerade für die Blumenkübel braucht man ja Eier, um an das Puzzleteil zu kommen. So. Damit hätten wir alles hier im Garten der Kirche geschafft. Wir müssen jetzt aber noch in die Kirche gehen. Allerdings ist die Tür zu. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, sich zu verwandeln bei Mumbo. Hier kriegt Banjo eine sehr, sehr interessante Verwandlung, wie ich finde. Banjo, Kazooie, los geht's. Hallo Mumbo. Aufwachen. Aufwachen. Der schläft noch. Warum weckst du mich? Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht wecken. Aber ich brauche jetzt eine Unterstützung und eine Verwandlung. Aber vorher schauen wir uns oben nochmal um. Meistens gibt es da oben ja etwas. Hier vielleicht nicht, oder? Na doch. Eine goldene Feder gab es. Finde ich ja ganz praktisch. Okay, Zeit für die Verwandlung. Seid ihr bereit? Ich bin es auf jeden Fall. Bumada. Also Mumbo, ich will ja nichts sagen, aber ich möchte ungern, dass du mich in eine Kürbissuppe packst oder mich so verarbeitest. Ja, als kleiner Kürbis, passend zu Halloween, zur Geisterwelt, wie auch immer, können wir tatsächlich nicht viel machen. Ich bin einfach ein kleiner Kürbis, der süß ist. Aber trotzdem hat natürlich auch der Kürbis den einen oder anderen Vorteil. Er kann sich zum Beispiel durch enge Eingänge quetschen. Oder zumindest einfach reinlaufen. Ein Beispiel ist hier diese, ich sag mal, Regentonne, ja? Da, wo das ganze Wasser hier abfließt. Da können wir rein und hier gibt es sogar ein Puzzleteil, welches wir allerdings nicht erreichen können. Zumindest nicht von dieser Stelle aus. Wir müssen einfach nur das Rohr verfolgen. Das führt nach oben. Vielleicht gibt es ja da oben auch ein Loch, wo wir einfach so hindurchspringen können. Und das wird dann die Möglichkeit sein, um an dieses Puzzleteil zu kommen. Okay, so, lasst mal kurz überlegen, was am meisten Sinn macht. Ich könnte ja noch in diesen Bereich, wo das ganze Wasser war und der Brunnen. Denn da gibt es ja auch noch einige Musiknoten, die ich mir schnappen muss. So, ja, hier im hohen Gras kann man mich auch nicht sehen, weil ich so klein bin. Ein kleiner, putziger Kürbis eben. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo denn dieser Bereich war. Also ich meine, hier ist ja nichts. Auch kein geheimer Durchgang, wobei mir das nicht viel bringt. Nee, das war irgendwo anders. Ich glaube, da hinten. Mal sehen. Hier, ja, da drüben war das mit dem Wasser. Da wollte ich die ganze Zeit hin. Sehr schön. Zack. Hier kann ich definitiv ins Wasser. Ich weiß nicht, vielleicht durfte ich das vorher auch schon. Oh, Gummistiefel. Aber mit dem Kürbis ist das zumindest möglich. Na, jetzt muss ich das Springen vielleicht noch ein bisschen perfektionieren. Aber jetzt. 51 Eier. Und die nächsten Musiknoten warten schon auf uns. Na, komm schon. Noch einmal gezielt nach oben. Yes. 78. Und nochmal. Oh, auf die Federn. Ja. 47. Das ist eine Sprungplatte. Interessant. Ich weiß gar nicht, warum es die sich hier gibt. Wahrscheinlich, um wieder zurück zum Brunnen zu kommen. So, hier. Wir haben schon 80 Musiknoten. Fehlen nur noch 20. Und dann müsste es jetzt hier, ah ja ja, da unten, ihr habt es gesehen, einen Eingang geben. Seht ihr da unten? Aber ich kann auch von oben rein. Ist eigentlich egal, wie ich das mache. So, einmal drum rumlaufen. Federn habe ich auch schon genug. Jetzt gehen wir da rein. Und hier wäre es viel zu gefährlich gewesen, mit Banjo und Kazooie durchzuschwimmen. Da wird man ja von allen Seiten getroffen. Aber mit dem Kürbis ist das kein Problem. Der kann zwar auch getroffen werden, allerdings ist die Reichweite da nicht so groß von den Gegnern. Und durch die Größe, die ich habe, können sie mich auch nicht so einfach treffen. Gut. Damit hätte ich hier auch alles gefunden. Und ich kann den Bereich auch schon verlassen. Einmal durch das Rohr, wieder nach draußen. Uiuiuiuiui. Sehr schön. Läuft er wie am Schnürchen. Jetzt gehen wir da wieder zurück. Ganz schnell die Treppen hoch. Das sah so lustig aus. Und erst mal weg. Wir werden verfolgt von einem Skelett. Na, lass uns in Ruhe. So. Hier sind wir wieder sicher. Und dann geht es hier noch durch das hohe Gras. Hier in diesem Bereich. Wir müssen diese kleinen Lücken nutzen, um schnell von A nach B zu kommen. Die Frage ist natürlich jetzt nur, wo sind all die anderen Puzzleteile und wie können wir diese freischalten? Denn wir müssen unter anderem das Tor hier öffnen, was ja bisher noch nicht möglich gewesen ist. Und mit meinem Kürbis muss ich auch noch auf die erste Etage, genauer gesagt auf das Dach des Haupthauses, da es da auch noch zwei Puzzleteile für den kleinen Kürbis gibt. Okay, erst mal wieder hier raus. Dann hier durch. Und dann wäre die Frage, wo genau sollten wir uns hier am besten fortbewegen? Fragen über Fragen. Da drüben sind auch nur die Bienen. Und eigentlich müsste es noch irgendwo einen geheimen Durchgang geben. Hm. Ich würde sagen, das alles finden wir in Ruhe beim nächsten Mal heraus. Bleibt katztastisch. Mäum.